Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Da wir gerade in keinem Haupthandlungsstrang sind, habe ich beschlossen, dass wir heute Omega zurückerobern werden. Dazu müssen wir aber genau wieder hier andocken. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe dieses DLC noch nicht gespielt. Ich habe nur mal ein Let's Play dazu gesehen. Ah, der Great Commander Shepard. Und ich, ohne mein Autographbuch. Schrauben Sie es. Ich bringe sie zu Aria. Fahne ich. So, wo ist sie? Shepard. Aria, wie dramatisch. Es gibt zu viele Augen und Ere in Purgatoren. Ich glaube, das ist um Rettungsmöglichkeiten zu retaken Omega. Das ist um Ihre Worte, Shepard. Cerberus, die Terminus-Systeme zu kontrollieren, wirklich um ihre Mobilität zu retaken. Seitdem wir Omega nehmen, haben sie durch die Galaxie gespürt. Surely die Allianz hat erkannt. Cut nach der Reise. Was ist dein Plan? Kick sie weg. Ich habe eine Fläche von Merc-Ships gespürt. Wir werden durch die Fläche des Enemes verbrechen und verbrechen. Als wir auf Omega sind, ist es ein Krieg. Das ist deshalb, dass ich dich an. Ich nur die besten. Der Leiter der Serberis-Occupation ist General Oleg Petrovski. Er ist derjenige, der mich verbrechen hat. Ich weiß ihn nicht. Der elusive Mensch, der top Militärstrategist und das beste Geheimnis gehalten. Aber alles, was du wirklich brauchst, ist, dass er ein schmerzloser Bastard ist. Was ist deine Intelligenz über die Occupation? Petrovski's army is massive and he's got Omega locked tight. The information stops there. So you're winging it? Not at all. There are secrets on Omega only I know. Secrets that will provide us a foothold. I can tell you this. Petrovski's invasion was precise and ruthless. We'll stop at nothing to win. He's about to meet his match. That kind of talk goes a long way with me. When Omega is mine again, I'll give you everything. I've got ships, Mercs, Ezo, all yours for the war. What's the catch? I have objections to some of the company you keep. So you'll have to leave the Normandy and its crew behind. My crew are professionals. Let's just say, I want you all to myself. Bray will provide coordinates to my fleet. Oh, and while we're still in the Citadel, please be discreet. The fleet is hidden in this system. Signal me when you're on your way. Arya and I will meet you on the command ship. I can't wait to see what all of us is about. Oh. Was geben wir ihr denn mal? Ich glaube, die Venom ist nach ihrem Geschmack. Und... Uh, Bloodpack Punisher. Aber ich glaube, die ist schwer, ne? Aber ich glaube, das macht bei Squad-Mitgliedern gar keinen großen Unterschied. Ja, sie geht einfach ultra leicht auf. Dann ist das okay. Oh, was ist das mit dem Licht? Ist das, weil wir irgendwie auf... Dass wir auf ihrem Schiff sind? Dass dann auch der Mod-Screen anders aussieht? Ähm, ja. Kopfschussschaden. Reserve-Munition ist eigentlich beim Harrier schon... Aber da bekämen wir nicht so viel raus. Leuchtgeschoss. Erstmal biotischer Boss. Warte. Ja, okay, doch. Das ist okay. Uh. Dann Leuchtgeschoss. Radius ist, finde ich, hoch genug. Na komm. Aufspalten. Gibt Schadenschutz daher. Ja. 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 Klingt riskant. A lot could go wrong. The assault's been planned for weeks, Shepard. For now, just sit back. Let me steer. Not the best start to our partnership, Aria. How things begin isn't nearly as important as how they end. Bray, move through the relay. Signal the fleet to wait. They only follow on my command. Head for the command ship. Cruiser. I don't have you on the flight plan. Identify yourself. This is Captain Lentz. Run voice recognition. Alpha Tango Z. We took damage. Seeking repairs. Identity confirmed, Captain. Hold for approach authorization. How did you get the Captain to say that? The hard way. That's right. Nice and slow. Be patient. Get as close as you can. Fire! Signal the fleet through the relay. We're through. Head straight for the station. We're being hailed by the General. Should be interesting. Put him through. Aria. I knew this had to be you. You're being hailed by the General. Du wirst es nie machen. Jetzt riechst du es weg. Du schreitst auf den falschen Baum, General. Aber vielleicht kannst du meinen Partner überzeugen. Commander Shepard. Ich habe große Dinge über dich gehört. Nicht von Ihrem Boss. Ich wüsste, dass der Illusive Man mich so groß denkt. Ich mache meine eigene Forschung, Commander. Es tut mir leid, Severus. Wir alle sabotagen uns selbst in nefariousen Weise. Vielleicht, deep down, you fear success. And Arya clearly thinks seeing you will unsettle me. Now it's my turn. I see you've gone to the trouble of augmenting that ship with Solaris armoring. An exorbitant waste. I've made improvements to Omega's outer defenses. My cannons will cut through you at will. He sounds pretty confident. Yeah, he does. So again, I say turn back. Let's see what you've got, Oleg. End transmission. That went well. Set preset course. We're ramming this station. Everyone brace for impact. What? Omega's kinetic barrier will stop my ships from landing. I equip this cruiser with disruptors to take it out on impact. Don't worry. We'll probably survive the crash. Shields gone. All systems failing. We can make it. Arya, don't be stupid. Sound the evac. Dammit. Program escape pods for the station. Let's go. Everyone out. There's no time. Guess that asshole really did upgrade Omega's outer defenses. So it would seem. So it would seem. I hope the other escape pods made it. All right, what's our target? Need to hit the defense system station. Shut down Omega's outer defenses so my ships can land. If we don't, they'll be blown to bits like we were. Got it. This is what I brought you for. Ground assault. In combat, what you say goes. Arya, relinquishing command? I'll believe it when I see it. I can be a team player, Commander. I know where we need to go and you can get us there. Okay. Let's move. Okay. Dann. Demonstrier doch mal dein Leuchtgeschoss. Wow. Gar nicht mal schlecht. Was ist meine aktuelle Bonus-Fähigkeit? Schmettern? Ich glaube, die tausche ich dann aus, wenn ich diese Fähigkeit kriegen sollte. Also wenn die dann freigeschaltet werden sollte. Man. Soll's den. Kannst du. Ah. Aber um das mal anzumerken. Wir hätten dieses ganze Debakel gerade vermeiden können. Wenn ich die Normandy hätte nehmen dürfen. Weil die Normandy zufällig ein Tarnsystem besitzt. Arie at a fleet. You alive out there? Barely. Holding our own with the Cerberus fleet, but Omega's defenses are shredding us. Keep my army intact, Gerald. That is your only job. Tell your boss I'm coming for him. Ähm. Da. Ground Team, report in. Great. You there? Affirmative. But only six Pods made it. Various entry points. Rally them to you. Then head for the rendezvous hangar. Start prepping for our ships to land. Nur sechs Kapseln. Also mit anderen Worten, wir kamen... Wir kamen dann nur durch wegen Plotrüstung. ... ... ... ... ... Nix da. Okay, mach mal. Ich seh nicht mehr ein bisschen um. Na, die stehen mir nicht schön genug beieinander. Ja, du wiederholst dich. Oh, 47. Das geht aber schnell. Gut, die Munition nehmen wir immer mit. Um... du stirbst du auch frausgesetzt das aria aria danke ich hatte gar die ganze zeit keine brand munition dran jarl defenses her down signal the surviving ships to converge on the rendezvous point hi approach trajectories plotted we're already queuing up bray come in status need them open now my birds are coming in prep for reception what exactly is this rendezvous point that's where we're headed it's a bunker i established on d-deck for my more sensitive operations federally impenetrable with its own secret hangar and dock independent power source life support munitions you'll see deploy to d-deck investigate and await further instructions there's a good chance general number going in no time for sightseeing right stay sharp you might get visitors das war ein interessantes schachberg brexit i've locked down the way we came warte geht's da nee da gibt's nichts alert alert defense system station compromised powder defenses down unrecoverable armed response initiative team 752 bestSEME perfect in you you Vielen Dank.